hallo meine lieben und herzlich willkommen auf meinem kanal für die die mich nicht kennen ich bin hatice heute gibt es ein primark haul in life für euch aber gibt mir schon mal vorab einen daumen nach oben das ist gut für meinen algorithmus und abonniert doch bitte kostenlos meinen kanal damit unterstützt ihr mich und bringt meinen kanal weiter und mich motiviert das noch bessere videos für euch zu machen kommt lasst uns in den primark richtig tolle kollektion in schönen farben und mustern wirklich schön sommerlich super geeignet für den frühling wirklich schöne kollektion von der vita aura das ist auch so ein richtig schönes kleid auch aus der kollektion von der vita aura das ist so ein bisschen länger hier an der seite so rüschen das geht so seitlich an einer seite ist es etwas länger und an der anderen seite kürzer man kann das am hals befestigen das so ein schöner elastischer stoff das kleid kostet 20 euro und ist nicht mehr durchsichtig richtig schöne farben so blau grün sieht richtig mega aus dazu gibt es hier vorne noch mal so ein top oder so ein bolero den kann man dann darüber tragen über das kleid wenn es kalt wird abends der kostet dann zwölf euro hier vorne gibt es noch mal sonnenbrillen sonnenbrille kostet fünf euro das hier vorne noch mal so basic pops aus der kollektion von der vita in weiß und hier noch mal in so einem naturton auch für sieben euro aus baumwolle ist auch den war dann gibt es hier vorne noch mal so ballerina mit so ein bisschen glitzer und stoff wir sind so ein bisschen dünner zeigt euch das so ein bisschen durchsichtig da schützt dich auch nicht tot im sommer sind so richtig schöne schuhe sind innen drin auch gepolstert zeigt euch das einmal also der trage komfort ist auf jeden fall gesichert bei den ballerina und die kosten 17 euro und die schöne neue kollektion von der vita ganz tolle farben dieses jahr hier ist zum beispiel so ein ganz toller rock hier kann man an der seite ziehen der geht so ein bisschen schräg ist so aus dem netzstoff ist etwas durchsichtig hat so ein richtig schönes muster leichter stoff der rock kostet zwölf euro hier vorne gibt es einen schönen langen jeans rock der hier vorne so knöpfe der ist etwas länger der kostet 24 euro dann gibt es hier vorne noch so ein schönes strick top ärmellos es ist wirklich sehr schön qualitativ richtig gut kostet 15 euro und ich finde man kann das super gut kombinieren mit dem rock gerade ich zeige euch einmal die kombi so würde das ganze dann aussehen es mal was anderes frisch dann gibt es hier noch mal diese schöne tasche in so einem hellen grün aus perlen ist wirklich qualitativ sehr schön die funkelt richtig gut tasche kostet 20 euro mega schicken dann haben wir hier so plateau schuhe aus jeans für 22 euro dieses jahr sind wirklich wieder jeans artikel richtig im trend jeans drücke dienst kleider jeans schuhe also richtig richtig wieder aktuell alles bitte vergisst nicht mal ein video bis zum schluss anzuschauen würde mich richtig freuen hier unten gibt es noch mal so einen schönen rock das ist so ein bisschen zerfetzt ist so ein bisschen verspielt für 18 euro daneben gibt es so leichte schuhe für den sommer für 14 euro hier vorne gibt es so einen schönen body hier oben ist so ein schöner schlitz am dekolleté mit so spaghettiträger 10 euro das ist so ein schöner elastischer stoff wirklich qualitativ sehr schön darunter ist so ein schöner rock in grün aus stoff 14 euro hier vorne gibt es so ein pullover mit so loch optik in den naturtönen für 17 euro die strickjacke in diesem loch optik muster 19 euro strickjacke ist etwas länger hier vorne gibt es noch mal dieses richtig schöne kleid zum strickkleid mit so gold pigmenten das glitzert so ganz leicht das ist etwas länger kostet 23 euro also ich bin wirklich begeistert von der kollektion diesmal sind so richtig tolle sachen dabei vorne gibt es so ein netz pullover der ist richtig durchsichtig auch mega dünn für 10 euro passend dazu gibt es den rock ist auch etwas länger das ist so ein puder rosa so ein ganz helles rosa für 12 euro und dann gibt es hier so ein richtig tolles top das geht so über den hals das hat so an der seite so etwas längere rüschen ist richtig schön hier unten ist das auch noch mal gerüscht hat so ein schlangenmuska in rosa für zwölf euro gibt auch die passenden tücher dazu für sieben euro hier vorne gibt es so ein rock mit dem schlangenmuster im blau ist so den netz netzstoff aber innen drin nochmal gefüttert so dass er nicht durchsichtig ist für 14 euro passend dazu gibt es den bolero so ein ganz dünnes zum überziehen wenn es abends kalt wird für zwölf euro hier unten gibt es noch mal so ein flatter rückchen mit zur rüschen im blau aus stoff der ist nicht dehnbar für 16 euro hier gibt es so schöne jeans ballerina richtig schön aus so ein jeans material sind die und die kosten 14 euro die schuhe gibt es in unterschiedlichen größen dann gibt es hier noch so eine ganz tolle süße ruhe so eine tasche die ist so durchsichtig aus perlen finde ich richtig schön dies etwas länglich sieht richtig elegant und hübsch aus glänzt so ein bisschen tasche kostet zehn euro gibt es hier noch mal dieses kleid in dem schlangenmuster in lang das wird dann 20 euro etwas länger ich habe die schuhe entdeckt für das kleid mit dem schlangenmuster optik in blau hier gibt es die jeans schuhe zum kleinen pfennig absatz sind bequem da kannst du den ganzen tag drin laufen die kosten 18 euro mega die kollektion von der rita ich bin wirklich total begeistert hier vorne gibt es ein langes strickkleid mit zu verschiedenen farben richtig toll ist aus dem strick material glänzt so ein bisschen innen drin ist richtig schön zum netz muster für 23 euro ich zeige euch einmal diese schöne kleid ist so gestrickt hat so schöne farben ist auch etwas länger sieht richtig schön aus qualitativ top dazu gibt es auch noch den passenden cardigan auch richtig lang an der seite hat der so ein schlitz kostet 25 euro qualitativ sehr schön hier vorne gibt es so schöne goldene sommer schulchen mit zum pfennig absatz wirklich sehr schön die gibt es noch mal in silber fast 18 euro hier vorne gibt es so ein schön bläser in so einem hellen ton mit zu schwarzen streifen richtig schick hat so schöne knöpfe beziehungsweise ein knopf sehr schick hier gibt es dann passend dazu die hose und hier oben gibt es so eine schöne jeans tasche die ist so ein bisschen robust also so ein fester shop ist das die tasche kostet 14 euro dann gibt es hier vorne noch so ein spaghettiträger top richtig schön aus so einem seite stoff ist richtig qualitativ schön mit so rüschchen an der seite geht das so ein bisschen schräg ab kostet 16 euro hier vorne gibt es eine jeanswürste auch richtig schick die ist etwas kürzer für 18 euro hier vorne gibt es dieses wunderschöne sommerkleid nochmal in lang in dem in gelb und blau hat hier unten so ein schlitz und hat innen drin nochmal so ein unterkleid finde ich ja richtig schön das flattert bestimmt so schön im sommer ist wirklich ein sehr sehr schönes kleid für 28 euro daneben gibt es so einen langen jeansrock der kostet 22 euro hat so knöpfe ist etwas länger hier vorne gibt es nochmal eine stoffhose für 20 euro das ist so ein leidenstoff das ist so ein festes material qualitativ sehr sehr gut dazu gibt es passend den bläser der bläser kostet 34 euro weiß gar nicht wo ich als erstes gucken soll die sachen sind alle so schön kommt alle hier hin und kauft euch schön sommer sachen hier vorne gibt es einen wunderschönen bläser in rosa das ist alles aus der kollektion von der rita aura dieser wunderschöne bläser kostet 36 euro ist qualitativ sehr gut fühlt sich auch super an hier vorne gibt es eine coole sonnenbrille für 6 euro passend zu diesem schönen bläser gibt es die stoffhose die ist etwas weiter geschnitten hat auch wirklich einen ganz ganz tollen stoff fühlt sich richtig gut an die stoffhose kostet 20 euro hier vorne gibt es eine richtig schöne tasche die ist so aus perlen aus so weißen perlen glitzert so ein bisschen wirklich sehr sehr schön 20 euro hier vorne gibt es so ein richtig schönes kleid in so einem hellen rosa ton baby rosa hat hier vorne so einen schönen schlitz ist auch so nett stoff und darunter ist noch mal so ein unterkleid finde ich richtig gut weil das netzkleid alleine wäre total durchsichtig und mit dem unterteil ist es perfekt das kleid kostet 28 euro ist so ein richtig tolles job aus so einem seite stoff ist so richtig leicht und fühlt sich so schön weich an wird so schön blümchen für 14 euro hier vorne haben wir so einen schönen rosa rock mit so einer schönen schnalle ist so mini rock der hat hier vorne noch mal so einen kleinen schlitz hier noch mal so ein schlitz und der ist unten noch mal so gefüttert da ist noch mal so ein unterrock mit dabei für 18 euro ich habe euch ja schon vorne den bläser gezeigt ihr könnt den bläser auch mit dem rock kombinieren und diesem super schön spagetti träger und dann gibt es hier noch für zwölf euro die fasche die passt auch richtig gut zu der kombi dann gibt es noch hier so richtig schön sommerschuhchen mit so einer rose vorne drauf mit so einem pfennig absatz die sind auch so aus seite und vorne die blumen sind aus stoff sehr qualitativ die schuhe die kosten 20 euro wer die schuhe in rosa nicht mag die gibt es noch mal in so naturton die kosten auch 20 euro hier vorne gibt es doch mal so ein spagetti träger oberteil aus seite qualitativ richtig gut das ganze kostet 14 euro hier vorne so ein richtig schönes kleid entdeckt auch aus der kollektion von narita aura das ist so aus so einem seide stoff richtig angenehm das geht so zur seite hin wird das kleid etwas länger und auf der seite ist es etwas kürzer es ist richtig schön dazu spagetti träger hier oben ist richtig qualitativ schön hat so schöne blumen muss da drauf für 18 euro hier vorne gibt es richtig schöne sommersachen hier vorne gibt es so eine bluse in braun für zehn euro hier vorne gibt es ein schönes bikini oberteil für sechs euro das ist gefüttert passend dazu bikinihose für sechs euro gibt es hier noch mal ganz leichte hose in leine auch in braun für zwölf euro zum gummizug die kleine tasche für sieben euro gibt es so einen schönen jeanshorts für 16 euro hier unten so einen shortrock für zehn euro kannst du an der seite noch mal binden richtig schick hier vorne gibt es sandalen auch für den sommer in verschiedenen farben für neun euro da gibt es noch mal so ein richtig schönes kleid so ein ombre kleid in orange zum leinstoff für 20 euro und hier ist der tolle sommerhut für sechs euro der schütz vor der sonne hat hier so oben so perlen sieht richtig schön aus so ein strohhut hier vorne gibt es so ein richtig schönes kleid es ist so etwas länger mit zum lochmuster für 18 euro daneben gibt es noch mal so was schönes zum drüber ziehen am strand das ist so schön leicht und lang für 17 euro hier vorne gibt es unterschiedliche bikinis wir sind so gefüttert der kostet jetzt drei euro das passende höschen dazu kostet auch drei euro also habt ihr so ein komplettes bikini set für insgesamt sechs euro richtig günstig hier vorne gibt es noch mal das ganze in komplett nur orange mit dem passenden höschen dazu die kostet sechs euro und dieses gefütterte orange bikini oberteil kostet drei euro dann gibt es hier noch unterschiedliche bikinis der ist zum beispiel reduziert für vier euro die passende hose kostet drei euro hier vorne gibt es noch mal so ein buntes bikini oberteil auch für drei euro dann gibt es hier noch den badeanzug für acht euro kommt alle in den primark und holt euch schon mal eure bikinis und badeanzüge für den sommer das muss ich euch auch unbedingt zeigen das ist so ein richtig schönes strickkleid in etwas länger in bunt in verschiedenen farben ist wirklich sehr sehr schön das kostet 28 euro das ist so ein dickeres material ich finde das ist jeden cent wert ist es wirklich mega schön ich weiß nicht wie das rüber kommt aber live sieht das richtig geil aus hier sind auch richtig schöne sommer schuhe mit dabei die sind auch richtig schön die passend zu allen der absatz ist auch ziemlich bequem kosten 20 euro hier vorne sind noch mal so flache sandalen sind etwas bequemer die kosten 14 euro die sind auch richtig schön die sind hier so richtig weich bisschen dicker gepolstert der absatz ist auch schön bequem diese schönen schuhe kosten 14 euro schuhe mit fennig absatz die gibt es in verschiedenen farben kosten jeweils 18 euro gibt es noch mal so schöne artikel von der rita orra diese schuhe die haben wir schon gesehen für 22 euro dann diese schöne jeans tasche für 14 euro vorne gibt es noch mal so schöne haargummis für 6 euro gibt es für den hals diese schöne hose in jeans optik für 7 euro dann gibt es hier noch so ein schönes käppi für 6 euro richtig schön für den sommer hier so eine schöne handtasche 14 euro vorne gibt es die tasche für 12 dies etwas eleganter ist hier noch so schöne blumen ohrringe 5 euro passend dazu die schöne kette auch für 5 das ist die bläser kombination aus der kollektion von der rita orra ich habe mal den bläser angezogen fast 36 euro die bläser ist richtig schön aus dem stoffmaterial an der seite das tut so lange rüschen wirklich sehr schön für 14 euro und dazu habe ich den schönen rott mit diesem bürtel dazu kombiniert er hat hier vorne noch mal so ein schlitz das sind 18 euro diese super kombiniert mit nach hause ich habe diese schöne kleid für euch angezogen ich zeige euch das einmal das ist so richtig schön angenehm es fühlt sich mega an und von der rückseite hat das dahinten noch mal so ein schlitz ein richtig tolles kleid das ist aus der kollektion von der rita orra kleid kostet 23 euro kommt mit nach hause ich gehe jetzt meine klamotten bezahlen zur kasse gibt mir bitte einen daumen nach oben abonniert kostenlos mein kanal für die die meinen kanal schon abonniert haben vielen dank und für die dies noch nicht getan haben jetzt bitte kostenlos abonnieren vielen dank für eure unterstützung aktiviert die glocke damit ihr kein neues video von mir verpasst und bis zum nächsten mal